Nee, nee, um die Zeit geht jetzt. So. Ich finde, es gibt aber trotzdem noch ein bisschen zu wenig Wald eigentlich. Ja. Seh ich genauso. Also, ich hab... Die Welt sieht auch nicht immer unbedingt so realistisch aus, oder nicht? Sag mal, willst du weiter stehen bleiben, oder willst du arbeiten, du Knecht? Er kümmert sich erst mal um sein Dorf. Ach, ich sehe keine Felder schon wieder hier. Ich hab'n... Ich hab'n Haus gebaut. Wow! Jetzt haben wir verloren. Du hast'n Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Ich glaub das nicht. Ach, scheiße, da kann ich gar nicht bauen. Ach, kacke, ist ja doof. Meine ganzen... Der steht immer... Ja. Beispiel. Ich kann doch nicht mehr erneuern, weil ich nix hab'n. War welche? Scheiße! Das ist nicht wie aufrecht, so. Ah! Ja, Thea ist direkt... Ja, toll, der ist... Nein, Alter! Greif doch... Ja! Womit kommen die denn jetzt alle an? Greifen sie sich schon an, oder was? Ja, mit zwei Feuertrimären kommen die schon angeschissen. Ja, ist aber schuld, wenn du immer so nah am Wasser baust. Na, ist doch egal. Ich hab' nur einen zweiten Hafen. Also gleich jedenfalls. Haha, gleich. Ja, alles... alles muss erst mal geplant werden. Freddy, golden! Komm, gar nicht zum Lachen. Und hier, ey, ganz ehrlich. Das ist ja lecker, das. Mann! Nicht genug Holz. Es gibt auch vielleicht nicht genug Holz. Ich zeig euch gleich an, wegen Spielunterbrechung. Ey, ich komm' nicht näher. Oh Gott! Na, wirst du wohl... Dankeschön. Ich find' die Musik immer noch nice. Ja, nice. Die ist echt geil. Echt schön. Schön gemacht, find' ich vor allem. Schön mittelalterlich. Alter! Wollt ihr mal wissen, mit wie viel Feuertrimären die hier ankommen? Sechs, sieben. Mit fünf. Und einer Kriegsgalere. Ach, die kommen mit noch einer. Das ist aber schön. Junge, da kannst du ja nur direkt ne Burg hinbauen. Wie willst du dich denn gegen die Spacken verteidigen als... Burg ist richtig geil, Alter, ist richtig episch. Alleine wenn du ewig von Schiffen angegriffen wirst, was kannst du sonst machen? Ich finde, du hast es verdient. Ja, 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 die findest du auch immer alles. Naja, ich finde, du hast es verdient. Ja, du findest auch den Sinn des Lebens, genau. Wofür existieren wir eigentlich auch, um den Planeten kaputzen zu machen, um für Überbevölkerung zu sorgen und ein paar andere coole Sachen, so wie Krieg. Ich doch auch so. Und Religion, ist auch noch ziemlich geil. Religion? Religion? Wat? Hört, hört, liebe Leute, bemerkt ihr etwas gegen Religion? Hab ich auch. Ja, Ritterzeit. Schummler. Cheater. Idiot. Voll Spaß. Genau. Seine Ritterzeit. Scheiß'n Cheater. Billiger Cheater. Jetzt können die nicht mal mehr meine Dorfbewohner in Ruhe lassen. Was ist denn los mit denen, Alter? Bin ich gut so. Doch, das gefällt mir. Weilermachen. Los. Jetzt hab ich, ich hab mich schon gefreut, dass ich Usa nicht als Nachbar hab, ne? Jetzt hab ich noch nen Nachbar, der noch schlimmer ist als Usa. Der Gitsch. Die Bots sind sowieso rein, mal rein, scheiße. Guck mal, wie viele Punkte die haben. Ja, die haben immer mehr als man selber. Ich hab's ein einziges Mal geschafft erst bisher, die Bots zu überbieten. Mit dem Punkt. Und das hast du jetzt erst? Wenn ich auf die Stufe Mittel stelle? Ja, das ist, wenn wir die Luggen haben. Auf Mittel sind die manchmal auch extrem. Ich mein, die sind bei mir mit 10 Schiffen da fast gerade angestellt. Wie soll ich mich denn jetzt verteidigen? Ready. Böck mal, kindiere. Ich will den nicht. Böck mal, Ahrie. Guck mal. Ich will den nicht. Ich will den nicht. gerade im griff eigentlich einfach überall aber die leute kriegen es trotzdem irgendwie nicht geschissen das zu fällen weil jedes andere jeder andere ressourcen wird einfach mal so übel schnell gebrannt nur holz nicht ich bin sie mit doppel voll ja beim usa muss man mit allem rechnen das gutes bei mir ist kein wasser und machen ob du nicht bei diesen ich mach doch gar kein garten kann niemand war nicht bei bei diesen die als die was man sich holen kann da kann man auch die ganze felder gehen im arsch und die können nicht mal hier irgendwie nach produzieren holz gleich für drei felder ja super irgendwann nur noch felder und du machst nur noch holz gerade auf die presse hier von dieser armee wo er gerade gesagt hat oh er ist zur ridderzeit von geschütten wer zur ridderzeit imperialzeit ja warum nicht was dein ernst ja guck den typ mann ach so ich dachte du oh ich wollte mich schon schlagen mensch war es er wollte mich schlagen ich wollte erst mal hier New York auf aber das lustigste ist einfach weil man bei Age of Fire einfach so spielen kann ist man es ist mal voll die Abwechslung es ist kein Ego-Shooter kein Ballerspiel kein Autorennspiel ja ein Strategiespiel Strategiespiel aber nicht so ein Müll wie andere Strategiespieler jetzt kommen die jetzt ja toll jetzt kommen die Goten schon angeschissen ey ich habe noch gar keine Armee vorbereitet sind die Bots im Team oder was nein das musst du doch wissen das ist reingestellt Alter ja die können sich doch verbinden mit einem Kampf echt ich glaube schon warum machen wir es nicht ey die kommen jetzt schon mit ihren Burgeinheiten hier an weil das weil das ähm ähm wie geht denn das ähm aber ich glaube man muss am Ende oh Junge alter 5 von den Huskals nein lasst mir ey jetzt kommen die angeschissen das gibt es doch nicht nein oh man gut dass ich hier ganz in Ruhe gelassen werde ja ich bereite mich auch schon mal vor ey ich gucke mir auch schon mal so viele Leute auf ey ganz ehrlich ich habe keinen Bock in die Fretze zu bekommen wegen Hacker schmieren weil wenn ich angegriffen werde ich Hacker schon das weiß ich weil der Hacker die ganzen Leute auch nicht drauf oh ich bin doch auch vor Hacker mit den Punkten kommt jetzt du hast du noch hasch mich jetzt an ey wie heißt du wie geil das gerade ist morgen frei und so weißt du hier erstmal so eine Tüte Gummibärchen in dem wir liegen in Eisteeflasche und draußen blitzt es das ist richtig geil ach war hab ich blitzt das? bei uns nicht why so ever du wohnst doch am Arsch der Welt ja es geht NRW ist jetzt nicht unbedingt der Arsch der Welt Nordrhein-Westfalen ja am Arsch der Welt sagt ich ja am Arsch der Welt also ich aber der Typ mit der der Typ mit der Arsch der Welt hat eine bessere Verbindung als Beate ja weil du zu weit weg von mir wohnst ey da fällt mir grad auch so ein Spruch ein den ich da immer gerne raushaue wenn irgendeiner sagt am Arsch der Welt sag ich so das ist noch schlimmer als am Arsch der Welt das sieht nicht nur aus wie am Arsch der Welt das sieht aus wie im Arsch der Welt also ich muss sagen mich hätte das eigentlich ganz gut bei mir ja du wirst auch nicht angegriffen oder? mh doch meine Seefahrt wurde zerstört meine äh zwei Dinger da das ist aber sehr schlimm überhaupt voll ne voll dramatisch die die irgendwie kommt auch immer genau die selbe Stelle in der Musik bei euch wie bei mir ne ja das haben sie gut gemacht weil manche Spiele ist es nicht so ach komm jetzt ficken Alter lass meine Dorfbewohner ey ja ficken Alter lecker ja genau ein Meter bevor sie das schafft da rein ficken ist ja so ein äh so ein ich weiß nicht so ein Hartstoff so ein Sprit ist das ja echt kann man essen habe ich gehört ja kann man kaufen konnte man bei uns kaufen bei Edeka da hieß so ein äh ich weiß nicht was so eine Sprituose hieß ficken geil super kaufen Alter geil das haben wir aber nicht mehr waaah es ist raus so wäre ich extra die 200 Kilometer gefahren ja und die bots sind schon mal in der Imperialzeit herzlichen Glückwunsch ich bin ein das scheiß Tieter ich sage ich möchte sich einheit mit dem man sich halt nicht gegen die wehren kann ja ich auch ich auch doch doch das hat einen Grund dass ich die Perser gewählt habe den werdet ihr aber wahrscheinlich noch schmerzlich erfahren ach du mit der Scheiß welcher mit Blümchen dann ja weil er genau weil ohne die Kanäle ja nicht immer alle wissen ne also liebe Leute das gleich äh diskleiden den Kanal von Haker da gibt es bestimmt die Profi-Kommentare bei Youtube da müsst ihr das und das machen um euch gegen die äh die Dinger zu wehren ja ja mh das wird auch komm da hast du recht ach Junge alter weil gibt es ja wirklich es gibt ja quanta Möglichkeiten ja klar ich weiß ja auch wie fast gegen Elefanten helfen soll ich hab ja noch keine Mäuse woher weißt du das mit den Elefanten wer der Usa ich dachte der wäre neu in dem Spiel wirklich? weil ich es die ganze Zeit sage ja ehrlich da hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet ne ein bisschen logisch gegen kein Spiel echt? nö nö das hatte ich mir gedacht so Mordlöcher sind auch mit das wichtigste was es einfach gibt war es dein Loch? dein Kohlloch? warum? nein Mordlöcher weil sonst Türmen und Burgen einfach gefickt werden können wenn die Leute davor stehen ja ja ich kann mir nicht mal drauf schießen doch also doch dein Polo oh Junge alter dein Humor ist wie der von den Lochis ganz ehrlich ja aber wenn du sagst Loch nein der ist schlimmer als der Humor von den Lochis ganz ehrlich ey wieso verstehe ich jetzt nicht ja da musst du die Lochis erstmal kennenlernen guck dir ein paar Videos von denen an dann weißt du was ich mein ich kenn nur die Lochis ich kenn nur die Spastis ja das trifft auf die Lochis ganz gut zu sorry an alle Fanboys äh Girls es gibt ja keine Fanboys von den Lochis ich hab auch ein paar gelig du findest ja ich ja Freunde ich weiß wie man sich unbeliebt macht das weißt du ja 100% wie ist das? ach guck mal Beate in einem Realzeit guck dir das mal an wer? ich? gar nicht ich hab auch nicht ich hab dich enttäuscht ne 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 Ich habe mich aber jetzt nicht verplayt. Ähm... Ja... Okay... Okay... Gut... Gut... Ja, ich überlege gerade, was gut oder schlecht ist. Für meine Basis. Ich habe immer noch so einen komischen Typen mit einer Streitkolben. Hä? Willst du mit denen? Willst du die essen? Mit den Streitkolben oder was? Bitte lecker! Sommerzeit! Total! Also was Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei der Wirtschaft angeht, sie bringen ja ziemlich schlecht. Ja, die Goten regieren gerade mal die See eiskalt. Komplett. Bisschen scheiß, dass Beate da unten ist. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig, dass er so nah an meiner Basis ist. Wer? Ich? Noch nicht. Niemand. Geil. Geil. Was gefällt dir? Facebook-Liken. Sobald ich eine Einheit von dir sehe, komme ich runter. Wie runter? Um dich zu besuchen. Warum? Weil ich keine Besucher haben möchte hier. Ja, wo bist du denn? Da kann ich hier doch nicht besuchen kommen. Ja, ja, bleib einfach da unten. Dann bist du oben. Möglich. Yay. Korrekt. Just. Ey, ihr Penner, schafft mir mal die Steine ran. Ey. Ich will ein bisschen mit Steinen spielen. Nee. Voll der Steinmetze, Alter. Steinpetze? Steinmetze. Ja, Fetze geht auch ganz gut, klar. Voll die Snitch und so. Dass meine Leute Kälte abwernten müssen. Mann, Mann. Wie ist denn das, wenn man alle Reliquien sammelt, hat man dann gewonnen? Ja, wenn du auf Standard gestellt hast, dann brauchst du irgendwie ein paar hundert Jahre. Dann, ähm. Aber das kriegt eigentlich keiner hin. Dafür musst du die anderen auch erstmal komplett, äh. Naja, da musst du die anderen Gegner plätten. Die achten natürlich drauf, dass du die nicht klaust, ne? Ist klar. Ja, die Bots sind teilweise vielleicht zu blöd. Ja, bei den Bots ist es nicht so leicht. Sobald du die angreifst, hast du eigentlich schon die Arschkarte, weil die nicht unbedingt so, naja, tolerant gegenüber Angriffen sind. Die haben da sehr starke Präventivmaßnahmen. Aber sehr stark. Ja, bei Age of Empires 3 gibt's fünf Zeiten, hier gibt's nur vier, ne? Ja, bei den Add-Ons gibt's, glaub ich, sogar sieben irgendwo. Also bei Asian Dynasties, ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das, äh, lief. Das waren keine richtigen Zeitalter. Also das, das waren nur so Entwicklungsstufen insgesamt fürs Dorfzentrum. Ach, das ist auch wieder langweilig. Ja. Ich hatte eigentlich immer davon geträumt, dass man so aus der Steinzeit bis in die Moderne, also bis in die heutige Zeit könnte so nach... Ja, klar! Wie lange willst du da warten? Ich denke ja nur einfach darüber... Das wär einfach geil, also dass man das irgendwie ein bisschen besser regelt. Also, um sowas zu regeln, das nennt man ja auch professionell gesagt einfach mal ausbalancieren. Was, du auch? Ja, irgendwann muss ich ja mal. Oh, jetzt bin ich der Einzige in der Ritterzeit, obwohl ich grad noch auch... Joach, ich, 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 ich entwickel mal die Spione, die kostet nur 30.000 Gold. Und dann fragt es noch jemand, warum ich nicht mit den Leuten spielen, naja. Was ist das? Das ist aber ein bisschen teuer hier, naja. Wo ist denn? Ähm, Bowacki? Da komm ich gleich besuchen. Das heißt nichts Gutes. Schwitz, schwitz, schwitz lassen. Ist das ne Drogen zu anderen oder? Ne? Ja. So ähnlich. Wahrscheinlich. Jetzt. Greeten. Ble? Die brauche ich gar nicht, ehrlich gesagt. Gluck, gluck, gluck. Wer bin ich? Deine Familie beim Ertrinken. Ja, das ist richtig. Die brauche ich hier. Obwohl, die brauche ich eigentlich gar nicht. Brauche ich die hier? Reicht sie. Kann ich die hier nehmen? Hä, warum kann ich keinen Befehl... Ah, nee, das ist doch... Yay. Ach, der letzte Satz hat's auch geschafft. Scheiß Cheater, Alter. Ich wusste nicht, dass ich die Cheater hatte. Uhhh, komm, komm, komm. Uhhh, yes. Verrecke da. Ne, heut nicht. Uh, Architektur können die entwickeln. Oh, das ist ja schön. Richtig architektisch sind die Briten, ja. Das sind auch Engländer, das ist aber alles gut. Ah, die Briten sind nicht nur Engländer. Die meisten, Alter. So, den kann ich machen. Wenn du Erdkundekurs gehabt hättest damals an der Schule, dann wüsstest du das. Vielleicht. Also man hat ja nicht immer dasselbe, man... Doch, eigentlich, doch, 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 das bringt ja schon was. Was ist ein Monsun? Alter, ich sitze hier in Erdkunde und bin nicht in Physik. Ja und? Durch den Monsun. Oh mein Gott. Ich weiß das heute nicht mal mehr, was das ist. Nix so ungut. Tokio Hotel. Guck mal, der Streber weiß es nicht. Na klar, ich bin auch schlau. Hä, das hat doch nichts mit Tokio Hotel zu tun. Hast du irgendwie geraucht oder so? Äh, Alter. Ja? Nein? Doch. Monsun? Ich weiß nicht mal, aber es war irgendwas mit Erdkunde, was aber eher so in Physik gepasst hätte. Meines Erachtens nach natürlich. Ja, du weißt. Greaton? Ach, wie ich den Hacker hasse. Ja, Usa. Genau. Wie ich dich hasse. Danke. Das nehme ich als Ehre. Schau. Wie sieht das denn hier aus? Brauche ich das? Das nehme ich als Ehre und Zuneige und bedanke mich dafür. Ja, kein Ding. War überhaupt nicht schwer. Was? 30.000 Gold für ein Spiel? Was ist das denn? Das ist geil. Deswegen so schnell wie möglich Dorfbewohner, dass das Geine entwickeln kann. Damit kannst du die ganze Karte sehen dann. Die ganze. Auch die Einheitenbewegungen und so. Ja, alles. Geil. Aber so viel Gold, versuch erstmal die zu sammeln. Das ist schwer, ne? War bei mir ist es ganz gut. Ne, wobei selbst hiermit nicht. Ich glaube, ich baue mal, äh, was Religiöses. Ne Kirche, äh, Kirche. Ne Kirche, wer ist denn da mit? Äh, um, um, um. Ey, ist hier, ist hier ne kleine Insel? Die claim ich direkt mal. Ich bin so wie YouTube, die claim ja auch alles. Ach, ich kann ja noch, ich kann ja noch. Ah, ja. Herr will ich ja haben. So. Ja. Baue ich mal so einen alten Sack. Einen alten Sack jetzt? Oh ja. an die arbeit mein gold ist gleich leer endlich mal eine gute nachricht eine gute nachricht ich hab kein gold mehr die schlechte nachricht ist beate du wirst gleich verlieren ich krieg's aber auch nicht geschissen mal ein bisschen mehr zu bauen also ich bleibe erst mal auf abstand ich sammle erstmal meinen herr und warte und gucke was ihr da so macht sofern du das aus was macht die bots eigentlich die botschen dauernd bei mir und pissen mich an greifen sie dich an und ich bin gleich tot was ehrlich oh beate wenn es weißt du bist eh gleich tot ja leider nicht ohne mich spielen ne also naja ich kenne ja gleich ein paar truppen zu dem ich hab jetzt eine reliquie ja jetzt hab ich gewonnen echt nee der hat nur so ein kleines gold drin soll was der ab und zu mal geschissen kriegt ey die bots suchen mich auch mal ist ein weltwunder na was geht ey erstes blut hier von meiner basis ey die sarazenen befinden sich vielleicht auf so einer art insel das wär natürlich gut dann brauchst du nur von allen seiten kommen und die beschießen vor allem weil die insel nicht mehr so groß zu sein scheint und wie der reiter einfach hier ähm von den sarazenen mal einfach am strand stehen bleibt und sich von meinen galerian einfach mal beschließen lässt ähm das lass ich mir ja loben ähm ich hab kein stein mehr was du hast rechtlich loben machen das denn oh das ist nur so ein stein gesehen von euch also kann das sein usa dass du irgendwie gar keine redensart oder so kennst oder gar keinen insider muss ich das oder ganz witzig nö geh du mal da hin und bau mal was du bauerin da hinten blitz hau die blitze immer noch ein ey lass das großpartierst du bitte sagst du das kommt bestimmt wieder zu dir rüber nee doch ich wär voll scheiße wär voll gemütlich ja ist das ein starkmaterial oder eher schwach ich sehs nur von da hinten da blitzt da fliegt manchmal oh die paar zauern sich auch und die haben auch irgendwie Langeweile ich will ich will achso das ist voll dann gehst du da rein ich bin auch voll natürlich ich kriegert's gold aus hat jemand was von schlafen gesagt man müsste jetzt erstmal tribute an die bots zahlen so in der hoffnung dass die mitkämpfen dann brauche ich die noch bei fraps bei fraps war extrem ich hab 23 aufgenommen 3,5 gigabyte das ist jetzt mein ernst das ist wie lange soll das dauern ist denn nur so als ob Beate gerade kassiert weißt du hehehehe vorhause muss das auch sein Chevalier der Chevalier meine ich wo ist denn mein ach hier die lassen sich einfach beschießen die stehen hier mit ihrer Armee ok dieser rat 10 selten blöde wort korrekt dann muss ich ja das hier machen bull hab ich eigentlich hab ich eigentlich nein hab ich nicht hab ich nicht mehr gebot hä was ist denn was ist denn wachst du warum wachst du meine Einheiten tröten weil du meine Mauer ein bisschen äh beschädigt bist du ich gar nicht das ist mein Hacker ne es war nur so ein pissgelb hä wie jetzt schiebt das auf mich der geht ja der mein wieso Beate ist auch gelb ne das ist Hacker ich bin grün das ist mich er arsch ja ich bin auch grün also so ne Art ja das ist gelb so ne Art grün irgendwie das sieht aus wie dieses ähm ihr kennt doch diese fliegen diese scheißausfliegen diese äh schillernden mit dem schillernden grün ja 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 genau die Farbe hat alles komischerweise bei mir aber was ich mich verwundere ist wenn unten Redzer blaue ist oben in der Mitte ist Pouwaki dann muss doch Hacker irgendwie da es geht es geht mal gucken wie geil der Hacker ist Hacker ist ganz unten rechts Mensch Danke Geil da weiter muss ich hingehe Hacker ja und nicht in die falsche Richtung und zwar nach oben achso ja das dachte er ist oben deswegen Jojojo aber du hast ne schöne Mauer gefällt mir Joa vor allem wie er alles jetzt wieder reparieren musste Wieso ein Stück hat gefehlt Echt hab ich nur noch geschafft ein Stück kaputt zu machen Geil ist feiert ist feiert er guckt überhaupt nicht an dass seine Einheiten da fast im Arsch gegangen sind ne 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 was ist das denn ach ist auch nicht schlecht hehehe halt dieses scheiß Kloster alter die alle diese Holzabschneider Typen die mal so nach deinem Gold hinterher eiern weißt du weißt du alle weiterentwicklung in der im Klo im Klosett die brauchen alle Gold also ich mach gerade was er war der Rieskandes wie immer Beate du weißt dass seine Werft brennt ich war dran für den nette Himmets ach ja Holz und Gold jetzt sind die Sarazen in der Festung na toll bei dir überrannt sie dich auch ja die rennen einfach überall reingreifend aber nixt an doch jetzt fangen die an damit jetzt aber bescheid wenn ich jetzt erst mal platt machen soll ich habe nur das problem irgendwie ganz ehrlich die galeonen von denen wir haben irgendwie eine höhere reichweite als meine burg und die schießen die ganze zeit einfach drauf die burg der reichweite höchste durch die verbesserung der pfeile das weiß man also ja stimmt genau in der schmiede dankeschön wer genau das ist das ist ja nicht wahrlich war schon und den usa mit ihr zusammen angreifen mit dem spielte da hat vielleicht da herr brüder ruhen ja wir sind doch alle drei Brüder ja das ist nicht mein Bruder aber liegt wohl da was ja von den Farben her ja nicht mehr ja ich habe getauscht ja ich habe getauscht jetzt bin ich wieder schwarz dabei sich mal wirklich abkleiden mussten wer leckt hier denn rum teia eine ordentliche angriffskraft jetzt zwölf plus vier mal sehen was sich hier so alles geändert hat zu dem thema beate ist gleich im arsch weißt der hat da fünf kanonentürme rumstehen und chevalier hat er da stehen also paladine chevalier ist das vielleicht gewesen also paladine sind irgendwie diese ich weiß nicht genau wie die aussehen na beate was geht wenn der schon paladine hat dann hast du echt nicht unbedingt die besten karten weil das ist ja die dritte entwicklungsstufe äh doch das ist paladine ist ja ich glaube ich freue mich schon drauf mit bei den goten endlich mal zu rechnen ich wette dass hier ist sogar noch eine insel also komplett es wird mal zeit seine privatarmee auf die weine zu stellen ein zweiter stall wäre schon schön aber wie viele arbeitslose auch einfach die ganze zeit rumstehen dass die sich nicht irgendwie selber eine beschäftigung suchen man muss ja so ein arbeitsamt bauen müssen arbeitswahn genau kommerzwahn hier laufen schafe durch die gegend bei mir wissen dass da eine weitere burg könnte gar nicht mal schaden es gibt sich keine waffenschmiede kann man eigentlich auch nichts gegen sagen wenn der usa kommt sollte man sich ja irgendwie verteidigen können naja baut da gerade so ein paar ponys auf hände so eine pony herde auf wir können ja auch mal singen fällt mir gerade ein das wäre eigentlich auch mal cool so als weihnachts special jetzt mal ganz im ernst das wäre wirklich mal lustig weil wir hören uns bestimmt an wie die übelsten raucher wenn wir singen we wish you christmas kann man zacken zigaretten übergeben malbüro die schwarzen es gibt ja keine schwarzen malbüro äh wobei ich kaufe die zigaretten weil weiß ich das eigentlich oder doch schwimmt da so ne muschi in soem wasser rum holen wo ich bin etwa ist zwei voll scheiß man kann ich mal aus dem arbeit ist geht das aber auch schaustüren und dann aus der sinnvoll wichtig für ego-shooter rückwärts ist deswegen von mir der dritte hier das beste bei spielst du jetzt auch ja nun Ich hab vergessen, ob ich Kanonentürme entwickeln kann, ich glaube nicht. Nee, die Perser kriegen das wahrscheinlich auch nicht geschissen.